Jetzt sind wir auf der Seite, ja? Ja. Also wir öffnen diese STL-Datei. Warten bis der Download abgeschlossen ist. Es wird automatisch geöffnet. Und dann geht man auf Drucken und los geht's, ja? Und dann geht man auf Drucken und los geht's. In dem Fall müsste ich es jetzt noch kleiner machen. Wunderbar. Wunderbar.